Die beißt noch mal. Filmst du? Komm mal hin. Nicht mich beißt, aber... Oh meine Süße, komm mal hin. Ja, ja, ja. Das ist echt eine Qual. Ich hab Angst, dass du hier beißt. Ich hab das Handtuch auch doof, weißt du? Ich mach das immer an das Handtuch. So, komm her. Bitte, bitte, bitte. Also, mittlerweile märzen sich mehr. Die ersten Tage ging's besser. Oh Mann, Schatzi. Das Stresspulti pumpt schon. Komm her. Ich seh, den Schnäuße nicht. Ist das drin? Ja, jetzt. Prima Augentropfen. Schnell. Einmal nur Augentropfen, Maus. Dann bist du jetzt mal bis heute Abend befreit. Oh, oh, oh. Warte, 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 warte. Oh, Schätzchen. Ist gut. Oh, ist gut, Nausi. Ist gut. Ich weise vielleicht mal noch dazu, wenn du riechtest. Ich weiss das ein bisschen. Ja, jetzt muss ich halt jetzt. Oh, Schatz. Hey, Mausi, 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 Mausi. Ich hab's in Heuhalm im Raum gekriegt. Ist echt kaum viel wichtig, dass die so halten. Oh, die macht das. Sonst ging das immer einfach total easy. Aber mittlerweile wehrt sie sich doch ganz schön. Ist drinne? Ja. Ja, ist drinne. Andere Räuchchen. Wir müssen ja, Schatz. Ich lass dich gleich los. Warte. Prima. Ist aber drinne, ne? Ist rausgegangen, glaub ich. Ja? Schließend. Ich weiß, es ist lauer. Oh, ich weiß, du kleine Pinsette. Ja. Prima. Ki.